Jetzt war ich eben gerade auf dem Rückweg, muss aber gleich wieder nach dem 1, weil wir sind hier in der... Super! Deswegen habe ich gedacht, dann passt es hier. Klasse! Da hast du recht. Ja, bei dem schönen Wetter. Ich wollte eh auch gerade Gassi gehen, das hat gepasst. Ich habe sogar meine Mutter überreden können, mitzukommen. Ja! So toll! Ja, fein! Hier im Schuhurlaub war es auch schön, da hatten wir Sommer, wo wart ihr denn? Wir gehen immer nach Tirol, nach Kühn. Hat Kühn. Hat Kühn. Hat Kühn, ja. Ja. Ich bin 16, er hat ein kleines Arzt. Ihr sitzt winzig. Und mein Mann war da auch immer schon als Kind. Mhm. Für die Kinder ist das Kühn. So toll! Und da sind wir in einer Pension. Das macht eine Kühn. Klasse! Ihr seid toll! Sie hat noch nicht mal was für ihn verlangt heute. Oh, das ist toll! Oh, wie toll! Da durfte er auch rumrennen und wir waren auch alleine dort, weil die hat irgendwie... So toll! Oh! Als Privatbesitz ist das nicht anders durchgelegt. Ja. Sie schafft das auch nicht mehr, dass wir mal mit meinem Schwager dann gerade ziehen. Und dann... Ja, lauf! Es ist immer sehr ruhig da. Super! Komm mal rüber! Super! Sehr schön! Sehr gut! Weiter! Super! Malia! Ja! Fein! Ja! Fein! Ja! 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 Ja!